Willkommen zu meinem neuen Projekt und das ist diesmal Day of the Tentacle und ja ihr seht das ist die CD-ROM-Version, die musste ich mir jetzt extra auf Ebay nochmal nachbestellen, weil ich die leider nicht mehr gefunden habe. Wir hatten zu Hause mal die Disketten und die CD-Version, habe leider beides nicht mehr auftreiben konnten und ich wollte eh die CD-Version hier wegen der Sprachausgabe haben. Jedoch das Handbuch habe ich noch gefunden zu Hause und es war ein relativ dünnes, aber ist doch ein bisschen noch was beschrieben und hier hinten haben wir die Besonderheit der älteren Spiele, und zwar der Kopierschutz von damals. Dann gab es in den Handbüchern immer eine Kombination. Hier haben wir zum Beispiel die Kombination, wo wir dann nachher im Laufe des Spiels die eingeben müssen. Dann haben wir hier ein paar Toastwürfel, die wir einstellen müssen. Die sind halt hier immer verschieden, wie ihr seht. Die Füllstände von diesen beiden Bechern sind verschieden. Und ja, es ist auch hier schon beschrieben, der Kopierschutz. Wenn Sie die CD-ROM-Version dieses Spiels besitzen, dann können Sie diesen Absatz überspringen. Beachten Sie ihn einfach gar nicht, er existiert nicht einmal. Ja, und sonst haben wir noch ein bisschen Beschreibung über das Spiel, die Steuerung, wie das so alles funktioniert, die Funktionstasten machen. Und das wäre dann das Handbuch gewesen dazu. Wir kommen dann jetzt aber auch mal wieder zur CD-Hülle. Haben wir hinten noch ein bisschen Backcover drauf mit ein paar Screenshots. Kurze Beschreibung, die Addisons sind wieder da. Und ja, von wem es programmiert wurde. Dann öffnen wir das gute Ding mal. Hier haben wir dann die CD. Ordentlich viel waren, glaube ich, ich weiß nicht, 2-300 MB zu installieren. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Beipack-Handbuch. Also das kommt halt nochmal zusätzlich mit dazu. Da ist dann halt, ja, Beschreibung, wie man es installiert, die Tastenzuweisung, Hotkeys hat das Spiel auch, die ich allerdings noch nie großartig benutzt habe. Und wie man speichert, wie man lädt, Fehlerbehebung. Ja, und Credits von der deutschen Torkey-Version. Da sehen wir nochmal die Sprecher. Reinhard hat Bernhard gesprochen. Aha. Alles klar. So, das soll es dann soweit zu der CD-Vorstellung gewesen sein. Und ich hoffe mal, ihr habt dann ebenfalls so viel Spaß wie ich an dem Projekt. Ich freue mich schon, das jetzt mal wieder anzocken zu dürfen nach so vielen Jahren. War, glaube ich, eins meiner ersten Spiele damals. Dann sage ich viel Spaß mit dem Spiel, viel Spaß mit dem Let's Play von mir und bis bald hoffe ich. Ciao, ciao.